Willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Steiermark Magazins. Um ein ganz besonderes vielleicht Geschenk geht es in unserem Thema der Woche. Haben Sie sich schon einmal überlegt selbst ins Tonstudio zu gehen und einen Song aufzunehmen? Ich habe das Experiment gewagt. Und wie es geworden ist, wie die Erfahrung war, gibt es jetzt. Vor kurzem war Valentinstag. Ein guter Anlass, dem Liebsten, der Liebsten etwas zu schenken. Aber was, wenn die Ideen fehlen? Haben Sie sich schon einmal überlegt, einen Song aufzunehmen und diesen dann vielleicht zu verschenken? Ich habe mir gedacht, wie funktioniert das eigentlich? Und aus diesem Grund sind wir heute in einem Tonstudio. Ich werde mir diesen Prozess für Sie heute ansehen. Sie dürfen gespannt sein, wie das funktioniert und was rauskommt. Und da sitzen wir schon mitten im Tonstudio. Wir sind heute im Music Garden in Graz beim lieben Kurt Strohmeier. Lieber Kurt, du bist Produzent. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist Musiker, du hast ein Tonstudio und es kommen auch Privatpersonen hierher, um Song aufzunehmen. Genau. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Also zuerst gibt es natürlich einmal den ominösen Anruf. Geht das überhaupt? Funktioniert das? Und so weiter. Natürlich funktioniert das und geht das. Hat man sich für einen Song entschieden, ist es noch wichtig, dass die Tonlage zur eigenen Stimme passt. In diesem Tonstudio schickt man eine Karaoke-Version des gewünschten Liedes an Kurt und er entscheidet dann, ob die Qualität passt. Dann wichtig natürlich Termin ausmachen, ganz wichtig einen Text mitbringen. Manche können den schon auswendig, weil sie haben das Lied schon ein paar tausend Mal zu Hause gesungen unter der Dusche oder wo auch immer. Und das ist das Zweite, dass man dann den Text dabei hat und nicht sagen, oh Gott, ich will nicht so wieder den vergessen oder was, den kann man sich dann auf einen Notenpult hinlegen. Das wäre die zweite Sache. Die dritte Empfehlung von Kurt ist, dass man gerne jemanden ins Studio mitbringen kann. Zur geistigen Unterstützung sozusagen. Um hier einen Song aufzunehmen, muss man kein Profisänger sein. In erster Linie stehen die Erfahrung und der Spaß im Vordergrund. Es gibt manche, die sind wirklich extrem begabt und da merkt man schon, die sind auch musikalisch, haben schon scheinbar was damit zu tun gehabt. Und dann gibt es halt manche, die sind das weniger, die haben einfach nur das im Kopf und wollen das einfach einmal ausprobieren. Das ist vielleicht einmal lustig. Habe ich auch. Die sagen, ich wollte einmal wissen, wie das so ist. Weil ich bin nur Konsument, ich höre Musik, aber ich habe keine Ahnung, wie wird sowas gemacht, wie wird das produziert. Die kommen auch oft aus dem Aspekt, dass ich sage, ich möchte mir das einmal anschauen, wie funktioniert das wirklich in der Realität. Also das ist so der Punkt dabei. Und anschauen werde ich mir das Ganze heute auch. Der Kurt hat meine Karaoke-Version, den Track dazu. Ich habe meine Lyrics mit und dann würde ich sagen, auf geht's. Sonnenbrille auf und ab ins Café, wo ich die schönen Frauen auf der Straße sehe. Dann Sprung mitten rein in den kalten Pool und den Kaipirinha. Ziemlich cool. Sonnenlich auf und ab zur Liegewiese, wo ich für mich schon kriege sie eine Liegeliese. Lassen uns gehen und wir lassen uns braten, alles andere keine Weile warten. Und wenn nix draus wird wegen sieben Grad, dann kippen wir zuhause Säcke Sand ins Bad. Im Radio spielen sie den Sommerhit, wir singen in der Badewanne mit. Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Jetzt ist Sommer, ich habe das klar gemacht, Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. So, die Spuren sind jetzt eingesungen und jetzt ist die Bearbeitung abgeschlossen. Lieber Kurt, was hast du da jetzt noch mit diesem Song gemacht? Du warst ja sehr, wie soll ich sagen, sehr brav beim Einsingen. Das ist relativ flott gegangen. Ich habe nicht allzu viel machen müssen. Also wie gesagt, ich habe es schon erzählt, manchmal muss man dann fünf, sechs Spuren aufnehmen, die man dann zusammenschneidet. In dem Fall war es eigentlich nicht notwendig. Du bist auch rhythmisch sehr gut, das ist auch nicht jeder. Es war auch sehr viel Text in dem Fall. Aber wie gesagt, ich habe dann im Nachhinein einfach noch ein bisschen Bearbeitung gemacht bei der Stimme. Das stelle ich dann nach meinem Amessen natürlich ein, wenn ich sage, das sind vielleicht zu wenig Höhen oder das sind ein paar Pässe zu viele oder was. Das wird dann gefiltert, also mit einem IQ. Dann tue ich es noch ein bisschen komprimieren, die Stimme. Tut noch ein bisschen einen Effekt drauf, einen Hall, vielleicht ein Delay oder so. Versuche es zum Playback dazu zu mischen, damit es ein bisschen eine Einheit ist. Vielmehr ist es nicht, dann tut man das Playback zusammen mit der Stimme noch ein bisschen mastern, sprich, dass das Paket wird, ein ordentliches. Und das ist es dann schon. Das war also unser Tag im Tonstudio. Mir hat es wirklich riesen Spaß gemacht und falls ihr euch das auch überlegt, kann ich es nur empfehlen. Ich bekomme jetzt meinen Song oder meine Songs. Deinen Songs auf TV. Bitte schön. Vielen Dank. Viel Spaß damit. Dankeschön. Ich hoffe, das Ergebnis erfreut dich. Mehr oder weniger. Lieber Kurt, wie war es für dich ganz kurz? Ja, es war spannend, aufregend. Es ist immer eine neue Situation natürlich bei jedem, der kommt. Es ist immer anders, aber es war sehr lustig. Für mich war es auch sehr lustig. Das Erlebnis kann ich wirklich sehr empfehlen. Und Sie sind sicher gespannt auf das Endergebnis. Das sehen Sie jetzt. Weiter geht es jetzt mit einem ernsten Thema. Und zwar geht es um die Suizidprävention. Suizidgedanken, die entstehen nämlich meistens in Situationen, wenn man sehr erschüttert ist, wenn man betroffen ist, wenn es einem wirklich schlecht geht. In der Steiermark gibt es ein umfangreiches Hilfsangebot bei seelischen Krisen. Und eine wichtige Anlaufstelle dabei ist das Go-On-Kompetenzzentrum für Suizidprävention. Weltweit stirbt alle 40 Sekunden ein Mensch durch Selbsttötung. In Österreich haben im Jahr 2019 über 1100 Menschen ihr Leben durch Suizid verloren. Davon rund 200 in der Steiermark. Also in Österreich weit kann man sagen, dass die Steiermark abwechselnd mit Kärnten immer wieder an der Spitze ist. Leider, was die Suizidraten betrifft. Über viele, viele Jahre. Und ja, innerhalb von der Steiermark sind in Murau und Murtal die am meisten betroffenen Regionen. Studien zufolge ist die Suizidrate in ländlichen Gebieten höher als in städtischen. Es gibt eben Hinweise darauf, dass dort, wo die beruflichen Möglichkeiten größer sind, wo allgemein vielleicht die Verdienstmöglichkeiten her sind, die Suizidraten geringer sind. Und es dürfte auch eine Rolle spielen, wo man leichter Hilfe kriegt. Also dass es bei uns in den ländlichen Regionen für lange Zeit schwieriger war, jetzt zum Beispiel eine psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und das sicher auch jetzt noch eine größere Hürde ist als in der Stadt, wo man einfach leichter anonym mal hingehen kann und sich Unterstützung holen. Statistiken zeigen, dass sich Männer viermal häufiger das Leben nehmen als Frauen. Vor allem betroffen sind Männer in der Altersgruppe 75 plus. Man weiß auch, dass das leider auch die Menschen sind, die man allgemein schwerer erreicht, wenn es um Unterstützung und Hilfe geht. Also Männer gehen auch seltener zum Hausarzt zum Beispiel und holen sich auch seltener Hilfe für körperliche Schwierigkeiten. Und Männer holen sich auch natürlich seltener Hilfe, was seelische Themen betrifft. Unterschiedlichste Lebenskrisen können Auslöser für Suizidgedanken sein. Beispielsweise finanzielle Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit oder Probleme in der Partnerschaft. Wobei man eben sagen muss, dass Suizidgedanken grundsätzlich ja ganz was Normales sind. Also man weiß, dass bis zu 80 Prozent der Menschen im Leben einmal Suizidgedanken haben, drüber nachdenken oder sich denken, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Das umsetzen tun Gott sei Dank nur sehr wenige davon im Vergleich. Wenn es einem nicht gut geht, die Situation aussichtslos scheint, man überfordert oder verzweifelt ist, sollte man in dieser schweren Zeit nicht allein sein und in jedem Fall Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt telefonische Hilfe, es gibt unter 142 die Telefonseelsorge, ganz eine tolle Einrichtung, die man wirklich rund um die Uhr kontaktieren kann, also auch nachts und am Wochenende. Weil wir wissen, dass Krisen jetzt nicht nur zu Bürozeiten auftreten, sondern auch zu Zeiten, wo man eben das Gefühl hat, so wen, wen kann jetzt anrufen. Es gibt Gott sei Dank sehr viele, sehr tolle, kostenlose Angebote. Also es gibt Beratungsstellen in der ganzen Steiermark, die sind unter plattformpsyche.at zu finden in der jeweiligen Region. Es gibt auch niedergelassene Psychologen und Psychiater, wo man sich hinwenden kann. Und es gibt auch wirklich im Notfall die Möglichkeit, ins Krankenhaus in Graz auf die psychiatrische Klinik zu gehen. Da kann ich nur sagen, sich bitte nicht davor fürchten, dort sind auch Menschen, die unterstützen und dann helfen. Wenn man sich um jemanden Sorgen macht, sich diese Person verändert hat, sich zurückzieht oder Dinge verschenkt, ist das Allerwichtigste nachzufragen. Denn schon allein das Gespräch kann sehr entlastend für die betroffene Person sein. Die gesetzliche Unfallversicherung, die bietet Schutz vor den Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Über 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher waren im Jahr 2019 vom Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung erfasst. Was aber, wenn ein Unfall in der Freizeit passiert, dafür braucht es nämlich eine private Unfallversicherung. Über die haben wir uns dieses Mal bei unserem Versicherungsexperten informiert. Die gesetzliche Unfallversicherung bietet Schutz bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten und bei Unfällen auf dem direkten Weg zur oder von der Arbeit. Für Freizeitunfälle braucht man daher eine private Unfallversicherung. Man kann das günstig absichern mit einer Unfallversicherung, die immer zahlt, weltweite Deckung, egal ob privat verursachter Unfall oder betrieblich beim Arbeiten, Verkehrsunfall, Skiunfall, völlig egal. Die Unfallversicherung fragt nur, was ist dir passiert? Je nach der gewünschten Leistung und Prämienhöhe ersetzt die private Unfallversicherung Unfallkosten, sprich Heilbergungs- und Rückholkosten, greift im Todesfall oder bezahlt bei Unfall, Taggeld und Spitalgeld aus. Sie ersetzt die Kosten der Folgen einer dauernden Invalidität. Das Rückgrat und das Wichtigste in der Unfallversicherung ist auf jeden Fall die Dauerinvaliditätssumme. Die sollte nicht zu niedrig sein. Also es gibt Polizen auf dem Markt, die irgendwelche Vertreter verkaufen mit 50.000 Euro im Totalschadenfall, also bei Vollinvalidität, da muss ich lachen dazu. Da braucht man hunderte Tausende von Euros, um einen Umbau zu machen, Autoumbau, Wohnungsumbau, Treppenlift, Ersatzarm, Prothese, Hochmoderne. Also da braucht man sehr viel Geld, das kostet aber in der Prämie nicht sehr viel. Wichtig ist auch eine Todesfallsumme mit einzuschließen. Nicht nur für die Hinterbliebenen, sondern wenn die Gefahr besteht, das wissen nämlich viele nicht, wenn die Gefahr besteht, dass man an diesem Unfall binnen einem Jahr verstirbt, dann gebührt keine Leistung aus der Dauerinvalidität. Und bei einem ganz schweren Unfall heißt das für die Familie, es gibt kein Geld ein Jahr lang. Und wenn aber eine Todesfallsumme drinnen ist, dann wird wenigstens die Todesfallsumme sofort ausbezahlt. Ausgeschlossen sind Unfälle, die passieren, weil der Versicherte eine gerichtlich strafbare Handlung vorsätzlich begeht, oder Unfälle, die durch ein erhöhtes Risiko hervorgerufen werden, wie etwa bei der Ausübung von Extremsportarten. Die Versicherung kann auch bei Unfällen infolge einer Beeinträchtigung durch Medikamente, Suchtgifte oder Alkohol aussteigen. Es gibt aber auch fix definierte Promilsätze. Beim Lenken eines Kfz zum Beispiel bis 0,8 Promille ist Deckung, über 0,8 ist keine Deckung. Es gibt aber auch Versicherungen, die das höher decken. Wenn man gerne ein paar Bier trinkt, sollte man das berücksichtigen. In mehr als 90 Prozent der Fälle werden Menschen durch eine Krankheit berufsunfähig, nicht nach einem Unfall. Und bei Folgen einer Krankheit hilft die Unfallversicherung nicht. Weiter geht es auch in dieser Woche mit unserer Reihe Sicher am Berg. Das Skitouren gehen ist sehr beliebt und Sie sollten auch möglichst gut darauf vorbereitet sein. Die wichtigsten Punkte sind die Auswahl einer geeigneten Tour und Sie sollten unbedingt die Wettersituation und den aktuellen Lawinenlagebericht im Auge behalten. Beim Skitouren gehen kommt es unter anderem auf eine gute Vorbereitung an. Damit die Skitour zu einem schönen Bergerlebnis wird, ist die Auswahl einer geeigneten Route wichtig. Natürlich sollte man sich über die Tour gut informieren. Auch da gibt es in den Tourenforen, heute überall digital aufbereitet, Tourenvorschläge, Länge der Tour, Schwierigkeit der Tour. Und da sollte ich mir das aussuchen, was meiner Erfahrung und meinem Können entspricht. Keinesfalls sollte man das eigene Können überschätzen. Heute sind die allermeisten Leute sehr gute Skifahrer, fahren auch im Tiefschnee meistens sehr gut. Die haben also weniger das Problem bei der Abfahrt, eher das Problem im Aufstieg. Das Problem ist die Routenwahl, dass ich Route auch aufsteigen kann. Spuren braucht man heute fast leider, würde ich sagen, sehr selten, weil die Touren so viel begangen sind, dass fast immer schon eine Spur hinaufführt und ich dieser Spur nachgehen kann. Da kann es manchmal natürlich in gewissen Tourenbereichen sehr steil werden, mit engen Spitzkehren. Und da kann ein Nicht-Routinierter dann an seine Grenzen kommen. Dort muss ich halt ein bisschen eine flachere Tour wählen, jetzt schon im Aufstieg. Wenn der Schwierigkeitsgrad der Tour auf das Können und den Erfahrungswert abgestimmt ist, muss man sich vorher unbedingt über das Wetter informieren. Information ist fast alles oder sehr viel. Das heißt, Wetterlage ist ganz entscheidend. Wir sehen immer wieder, dass die Leute weggehen, ohne das Wetter beobachtet zu haben oder den Wetterdienst vernünftig abgehört zu haben. Dann kommen sie in Nebel, in schlechte Wetter und dann wird alles plötzlich schwierig, sogar oft sehr gefährlich. Und natürlich die Lawinen, das muss man immer im Auge halten. Der Lawinenlagebericht, ich muss wissen, wir wissen, dass die Himmelsrichtung, die Exposition der Hänge ganz entscheidend ist. Gehe ich in den Nordhang, gehe ich in den Südosthang? Wo war der Wind? Das wissen wir, dass der Wind und so weiter ganz entscheidend ist für die Lawinensituation. Und das muss man vorher abklären. Und das ist die sogenannte Tourenplanung. Man muss also in Erfahrung bringen, wann welche Route möglichst sicher ist. Die Tour danach aussuchen, wie jetzt die Verhältnisse in den letzten Tagen und so weiter waren. Davon abhängig sollte man dann wissen, ist es jetzt günstiger, einen Südhang zu fahren oder muss ich aufpassen, in den Nord-Nord-Ost hängen. Wo lauert die Gefahr? Wo kann ich mich einigermaßen sicher bewegen? Bei der Tourenwahl lohnt es sich, erfahrene Tourengeher zu Rate zu ziehen. Dann kann man sich auch schon auf eine schöne und hoffentlich sichere Tour begeben. Rechtzeitig zum Valentinstag hat Flo Kruger den Love Song aus seinem aktuellen Album, den Restkanzler Denken, veröffentlicht. Außerdem hat er dort über 120 personalisierte Versionen eingesungen und somit vielen Damen und auch einigen Herren einen ganz besonderen und ganz persönlichen Valentinstag beschert. Mit seinem neuen Love Song lässt der junge Musiker Flo Kruger so manches Frauenherz höher schlagen. Passend zum Valentinstag hat er sein neues Lied herausgebracht und sich dabei auch noch was ganz Besonderes überlegt. Ich habe mir gedacht, ich greife den Leitln heuer beim Besorgen der Valentinstagsgeschenke ein bisschen unter die Arm und mache personalisierte Versionen von meinen Love Song. Immer wenn ich so eine Idee habe, ist der erste Weg zu meinem Papa, weil der mir dort immer guten Input bringt und wenn ich von ihm grünes Licht kriege, dann weiß ich, die Idee ist in Ordnung und ich kann damit durchstarten. Ich habe dann auf Social Media, also auf Facebook und Instagram dazu aufgerufen, dass mir die Leute die Vornamen von ihren Liebsten schicken und irgendwie ist das dann ein bisschen explodiert und es sind insgesamt über 120 Vornamen zusammengekommen, also gefühlt alle Vornamen, die es gibt. Ich habe dann meinen Produzenten kontaktiert und einen Termin ausgemacht zum Einsingen und habe dann wirklich zwei Tage im Studio verbracht mit dem Personalisieren des Love Songs. Und so gibt es den Love Song nicht nur für die, sondern für alle Herzdamen da draußen. Das ist ein Love Song, Sandra, nur für dich. Ja, ein Love Song, nur für dich. Das ist ein Love Song, Lisa, nur für dich. Ja, ein Love Song, nur für dich. Das ist ein Love Song, Mona, nur für dich. Ja, ein Love Song, nur für dich. Das Gute von der ganzen Aktion ist, dass man die Namen seines Schatzes nicht nur zu Walendienstag verschenken kann, sondern auch eigentlich an jeden Tag. Man sollte eigentlich jeden Tag zu einem Walendienstag machen. Also schaut vorbei auf www.flohgruber.at. Lohnt es euch eigenen Vornamen oder den Vornamen eures Liebsten oder eurer Liebsten herunter und verschickt es das. I love Song, nur für dich. I love Song, nur für dich. Ja, I love Song, nur für dich. Für unser Interview der Woche haben wir uns mit einem Geschäftsmann aus St. Georgien ob Judenburg getroffen. Er betreibt ein Nahversorgergeschäft, er hat einen Gastronomiebetrieb und er stellt auch noch selbst Eis her. Walter Egardner. Aus St. Georgien ob Judenburg begrüße ich Sie heute zu einem neuen Interview der Woche. Mein Interviewgast Walter Egardner, schön, dass du Zeit gefunden hast. Gerne, servus. Wir sitzen im Postcafé Egardner da in St. Georgien. Das ist jetzt im Moment leider zu. Lieber Walter, erzähl mir ein bisschen, was machst du so? Du hast das Postcafé, du hast Murtal Eis mittlerweile, was noch? Ja, wir haben auch da eine Zimmervermietung und ein Nah- und Frischkaufhaus, in dem wir das Eis verkaufen und die Eisbecher richten. Ja, das wäre es eigentlich schon. Also kann man sagen, ein Geschäftsmann durch und durch und immer was zu tun, oder? Ja, das geht eigentlich 365 Tage im Jahr fast, kannst du sagen. Wir haben eigentlich nur ein paar Tage zu im Jahr. Das Geschäft ist auch von Montag bis Sonntag offen, auch im Winter. Und Winter haben wir heute Samstag noch bis 13 Uhr und Sonntag bis 12 Uhr geöffnet. Also stellst du da sozusagen auch den Nahversorger da in St. Georgien. Ich möchte mit dir natürlich auch ein bisschen über das Eis sprechen, weil das ist ja meines Gefühls nach wie so der Steckenpferd, oder? In den letzten Monaten und Jahren, weil das machst du noch gar nicht so lange. Nein, wir haben angefangen 2016. Beschäftigen tue ich mich schon länger damit, weil ich geschaut habe, wo ich das gut lernen kann. Man muss sich das ja ein bisschen ereignen. Da habe ich diverse Kurse gemacht und die Qualität, muss ich sagen, glaube ich, ist recht gut. Und wir haben halt in dem Ort 840 Einwohner circa. Und jetzt ist halt mit so einem kleinen Kaufhaus die Frequenz nicht so gegeben. Die Unterflurtrasse ist da, also der Verkehr ist weg. Und jetzt haben wir eben schauen müssen, dass wir irgendwo eine Frequenz herkriegen. Und das ist uns mit dem Eis jetzt relativ gut gelungen. Was gehört denn da eigentlich dazu, wenn man jetzt sagt, ja, eigentlich würde es mich interessieren, Eis herzustellen? Ja. Als Erster brauchst du mal, ja, ich sage mal, einen Platz, ein Eislabor, sagt man, und einmal ein bisschen Geld. Also so eine kleine Eisküche kostet schon so zwischen 40.000 und 60.000 Euro einmal. Du kannst aber fast nur mit gebrauchten Maschinen anfangen, so wie ich das auch gemacht habe. Und da musst du halt ein Wissen ereignen. Da können Rezepte berechnen können, die Rohstoffe können. Was hat was für Rohstoffe Eigenschaften? Ja, das ist halt viel zum Lernen. Oder man bedient sich einfach auf Fertigprodukten, aber das machen wir eigentlich nicht. Ich mache es alles frisch. Wir haben uns die Produktion ja auch ein bisschen anschauen dürfen. Und ich habe auch gelesen, du arbeitest auch gerne mit regionalen Produkten für deine Eisherstellung. Und man kann sogar, wenn man selber zum Beispiel jetzt irgendeinem Obst zu Hause hat, irgendwas selber angebaut im Garten, kann man auch damit zu dir herkommen und sagen, kannst du mir auch Eis damit machen? Genau. Oft hat man schon eingefroren daheim, dann hat man Marmelade gemacht und sonst noch verarbeitet. Und wenn da noch was überbleibt, dann kann ich noch ein bisschen Eis machen. Und das Eis-Thema, wie schaut denn das jetzt bei euch aus? Die Sommermonate nehme ich an, sind die Hochkonjunktur vom Eis. Aber ihr habt ganzjährig, bietet ihr da Eis an? Und welche sind denn so die Sorten, die immer gehen? Ja, immer geht halt Erdbeer, Vanille, Schokolade, Stracciatella und die Haselnuss sowieso. Das sind halt die Hauptsorten, was man immer auch haben soll. Wir machen halt auch mit exotischen Früchten, wenn es ist, oder Zitroneneis ist ja ganz gut. Du hast ja da auch die Sonja bei dir, deine Mitarbeiterin, und die hat noch vorher verraten, ihr habt auch im Winter spezielle Wintersorten. Wie schaut das aus? Ja, das ist halt so auf Weihnachten angepasst. Und da ist halt sehr viel Zimtig und mit Nüssen und Pflaumen, Zwetschgen, in der Richtung. Speziell halt für Weihnachten. Und kann man so beim Eis, kann man da auch Trends erkennen? Zum Beispiel, jetzt gerade mögen die Leute sehr gerne Eissorten, wo Stickerl drinnen sind? Ja, mit den Kekseln, also Butterkekseis, Aurea-Eis. Also mit Aurea-Stickerl, also das kommt gut an. Vor allem auch bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen. Und da schaut ihr, dass ihr dann immer am Puls der Zeit bleibt. Ja, freilich. Ich meine, wir wechseln auch ständig das Sortiment, die gewissen Grundsorten, die man immer haben soll, eben, was ich vorher aufgezählt habe. Und dann macht man halt saisonal auch immer was dazu. Ein Rhabarber-Eis oder mit Heidelbeeren, direkt vom Boxhuck da oder vom Schafkogel. Da von Lungau kriegen wir es oft. Also je nachdem, was es gerade viel gibt. Okay. Und aus dem Eis macht ihr ja nicht nur Eisbecher. Ihr habt jetzt auch Eis im Glas, das man auch in verschiedenen Geschäften erwerben kann. Unter anderem auch Dope Eich in St. Georgen. Aber ihr macht auch sogenannte Eisbomben und Eistorten. Ja, genau. Wie kommt das an? Ja, eigentlich recht gut. So für Geburtstagsfeiern speziell. Und ja, kann sich jeder die Sorten aussuchen. Wir machen meistens drei bis vier Sorten in eine Eistorten rein. Und dann wird das schön verziert oder beschriftet. Und das mengt die Leute eigentlich sehr gerne. Wie schaut es so aus mit veganem Eis? Ist das dann doch ein bisschen cremig sein? So gibt es da vielleicht Milchalternativen, zum Beispiel Sojamilch. Ist das für dich auch denkbar oder hast du das sogar schon gemacht? Ja, ist auch kein Problem. Also kann man alles. Man muss halt sich mit Rezepten beschäftigen und das berechnen. Und man kann fast alles eins machen. Ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt. Wir sitzen da eigentlich im Postcafé. Wie waren denn da jetzt die letzten Monate für dich? Wie geht es dir, dass du da jetzt eigentlich nicht aufsperren kannst? Na ja, es ist halt nicht so lustig, weil jetzt haben wir dann schon als vierte Monat bald zu. Im Fall war es aber noch zwei Monate. Komplett. Das sind die Geschäfte oder die Lokale, wo sich beliefern, die haben wir auch zu. Und da fehlt halt schon einiges. Und man weiß eben nicht auch, wie es weitergehen wird. Wird wieder aufgesperrt, wie lang. Und wir hoffen halt am Sommer mit der Eisproduktion. Und dass wir uns darüber was erhalten. Wir haben ja Gott sei Dank noch das Geschäft dabei. Es ist im Lebensmittelhandel. Da sind halt die Spaner nicht gar so groß. Jetzt ist das halt gerade zum Überleben. Aber es gibt sicher auch andere, wo es noch schlechter geht. Und vielleicht auch deswegen bist du jetzt umso mehr froh, dass du das Steckenpferdeis auch entwickelt hast, oder? Ja, freilich. Ich meine, das war auch nicht ohne Grund. Das war auch durch die Situation in so einem kleinen Ort. Und wie man sieht, braucht man nicht nur ein oder zwei Standbeine, sondern so viel wie möglich. Jetzt, um von dem ernsteren Thema vielleicht wieder ein bisschen lustiger zu werden. Du persönlich, ich habe dich vorher hinter der Kamera schon gefragt, wenn man fast jeden Tag Eis herstellt, wenn man so viel Eis zur Verfügung hat, mag man es dann selber eigentlich noch? Ach so, ja. Sehr gerne sogar. Und man muss ja ständig Qualitätskontrolle machen. Also, da kommt man so nicht aus, dass man Eis isst. Aber speziell im Sommer nach einem langen Tag, also auf der Couch noch einen Eisbecher, noch alles schon. Das hält die Stimmung noch einmal. Hältst du auch die Stimmung, dass die Resonanz so gut ist, dass die Leute Eis so gern essen? Na ja, freilich. Also, wenn irgendwas erfolgreich ist, ist immer gut. Mit dem Murtal-Eis wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich bin ja ein Fan von diesem Eis im Glas. Lieber Walter, ich habe jetzt zum Abschluss noch ein paar Sätze für dich zum Vervollständigen. Ich sage dir einen Satz und du sagst mir einfach das Erste, was dir dazu einfällt. Mein persönlicher Ausgleich ist? Skitouren gehen. Diese Eissorte wird nie in meinem Eisbecher landen? Zinkteis. Und das wünsche ich mir für die Zukunft? Ja, dass so bald wie möglich wieder Normalität eingehört. Das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich uns allen. Jetzt ist es für mir an der Zeit zu sagen, vielen Dank für deine Zeit. Und wie schon erwähnt, ich bin gespannt, wo das Murtal-Eis noch hinkommt. Danke. Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu. Knobivital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobivital. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobivital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Die Lieblingssteiner. Greischberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karven und Baden auf den schönsten Pisten weit und breit. Greischberg und Lachtal. Die Lieblingssteiner. Die Lieblingssteiner. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI Bildung, Freude inklusive. Die Lieblingssteiner. Die Lieblingssteiner. Herzlich Willkommen bei Autoreiter. Unsere Werkstätte. Für alle Marken. Wir spänkeln und lackieren in Top-Qualität. Ob neu oder gebraucht waren, wir sind gerne für Sie da. Wir restaurieren auch Ihren Oldtimer in Spitzenqualität zum fairen Preis. Wenn es die aktuellen Umstände denn zulassen, welche sind denn Ihre liebsten Ausflugsziele? Wir haben diese Frage für unser Spontan der Woche auch gestellt. Das ist zwar schon einige Zeit her, aber vielleicht bekommen Sie ja ein bisschen Inspiration. Spontan. 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 Spontan natürlich. Was ist denn dein persönliches Lieblingsausflugsziel? Also Ausflüge ist bei mir auch so ein weiter Begriff. Es ist bei mir so seasonal bedingt. Im Sommer bin ich eher der Typ, der gerne schwimmen geht. Natürlich auch im Enztal, so am Butterersee, bis hin in die Südsteiermark, wo man bei einem Buschenschrank nach einem kleinen Spaziergang auch die Weinstraße genießen kann. Im Winter bin ich eher so der Skifahrer eben auch wieder mal im Enztal oben, bis hin zu den Winterspaziergängen und den Thermenregionen, wo man auch einfach den Abend ausklingt. Zum Alpengarten Rannach. Der ist vor allem momentan auch immer beliebter, auch bei den Grazern. Nicht nur bei mir, ich komme auch aus Städtec. Spontan natürlich. Mit einer Autorin plaudert Gregor Wittheim diese Woche in unserem aktuellen Startgespräch. Das Thema dazu lautet eine grün-weiße Fantasy-Welt. Da sind Sie, da bin ich. Hallo, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder sich die Zeit nehmen, ein bisschen reinschauen bei uns ins Stadtgespräch. Sie sehen es am Ambiente. Wir sind derzeit in Knittelfeld zu Gast, mitten im Zentrum, mitten im Rathaus. Und heute erbauen wir uns hier, meine Damen und Herren, eine grün-weiße Fantasy- und Historienwelt. Und das tun wir mit meinem Gast, der hier heute nach Knittelfeld, nämlich aus Mürzzuschlag, nach Knittelfeld gekommen ist. Das ist eine Autorin, eine sehr, sehr erfolgreiche Autorin, Sabrina Kunai. Hallo und herzlich willkommen. Die Frau Kunai. Natürlich die Frage, eine Künstlerin, eine Schriftstellerin, eine Autorin, ist Kunai tatsächlich ihr richtiger Name oder ist das ein wunderbarer Künstlername? Würde sich nämlich auch eignen? Eigentlich nicht so. Er würde sich, glaube ich, nicht so eignen. Der Verlag hat sogar mal überlegt wegen einem Pseudonym, da viel bei den Autoren über Mundpropaganda geht und keiner weiß, wie man ausspricht, wie man schreibt, ob wir nicht ein Pseudonym nehmen sollen. Aber es ist mein richtiger Name. Nachdem Sie sich auch mit Q schreiben, kann ich mir vorstellen, sind die unterschiedlichsten Varianten möglich. Genau, also mein verheirateter Name. Okay. Aber der hat sich gut etabliert, wie wir auch hören werden. Jetzt hat auch der Verlag tatsächlich verschiedene Namen auf dem Cover versucht und hat dann am Ende gesagt, Kunai schaut am besten aus, wir bleiben doch dabei. Also klingt nicht am besten, aber schaut am besten aus. Komischerweise, ja. Was wäre dann, hätten Sie sich überreden lassen, einen Künstlernamen? Ja. Ja? Also da vertraue ich lieber auf die Verlage, wenn die sagen, das klappt so nicht. Ja. Dann, es wäre ja dann ein offenes Pseudonym. Dann würde ja drinnen im Klappentext oder in der Autorenbeschreibung stehen, wer ich bin, das ist gar nicht geheim. Und von daher wäre es mir dann egal. Ihr Genre sozusagen ist Bücherschreiben. Genau. Man muss vielleicht vorher auch noch die Sabrina Kunai ein bisschen spüren. Also Sabrina Kunai ist nicht eine Autorin, die irgendwo im Verborgenen lebt und dann ein, zwei Bücher im Jahr veröffentlicht und man kennt sie nicht. Denn Sabrina Kunai lebt ein ganz normales Leben in Mürzzuschlag, hat Familie, hat Kinder. Ist das ein Ambiente, das gerade zum Schreiben sich wunderbar eignet, von der Inspiration, vom Time Management, sage ich einmal, oder ist es ein bisschen schwieriger als Mama und mit Familie hier Bücher zu verfassen? Ich glaube, es eignet sich sehr gut, weil angefangen habe ich, als ich mein erstes Kind bekommen habe, die war ein paar Monate alt und bin ich immer spazieren gegangen mit dem Kinderwagen und da habe ich mir immer die Ideen dazu ausgedacht und das habe ich eigentlich immer gemacht. Also auch schon früher in der Schule, auf dem Nachhauseweg, habe ich das immer so langweilig, nur so vor sich hingehen und da habe ich mir immer Geschichten ausgedacht. Aber dann mit dem Baby war das erste Mal die Zeit, dass ich es wirklich aufschreibe und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß das macht und dass da wirklich was weitergeht und dann waren tausend Seiten voll. Wahnsinn, ja. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt damit, weil, dass ich Autorin werde, hätte ich mir vorher nie gedacht eigentlich. Nein, das kann man sich auch nicht so vornehmen, oder, als Berufswunsch. Ich glaube nicht, nein. Und ich habe auch schon von vielen anderen Autorinnen gehört, die angefangen haben mit dem Kind. Also irgendwie dürfte das sehr inspirierend sein. Aber ich meine, das braucht ja auch Zeit, eine Geschichte, sich zu denken, das geht nebenher mit Kinderwagenschieben. Aber ein Buch zu verfassen, es niederzuschreiben, noch zu tausend Seiten dick, das ist ja etwas, was eine Zeit braucht. Woher nehmen Sie die? Ja, ich hatte das Glück, ein sehr pflegeleichtes Baby zu haben. Also die hat den ganzen Tag geschlafen, die hat nie geweint. Die hat mal mit sechs Monaten beim Krabbeln üben, ist auf die Nase gefallen, ist das erste Mal geweint. Also die war sehr, sehr pflegeleicht und hat immer geschlafen und ich habe nie gewusst, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Also das war kein stressiges Mama-Dasein. Es hat sich dann ein bisschen geändert mit dem zweiten. Da war auch dann das genaue Gegenteil. Viele werden jetzt sagen, Gott sei Dank, das kann ja nicht sein. Bei mir war das nie so. Also er war jetzt auch nicht dramatisch, er ist ein Schrei-Baby. Also ich würde sagen, er war ein normales Baby, der zweite, der Bub. Aber ja, da war es dann grundsätzlich stressiger, weil bei der Kleinen habe ich angefangen, für mich selber zu schreiben und zum Spaß. Und als dann der zweite auf die Welt kam, waren dann schon die Verträge da, Abgabetermine, Lektorate. Ach, da müssen wir jetzt einmal bremsen. Bremsen, denn das ist ja, wer Bücher schreibt und sich mal, erstens einmal, dass man ein Buch schreibt, da muss man schon eine Ader haben. Also man kann natürlich gewisse Techniken sich aneignen, aber es gehört schon eine Ader dazu, sich nicht nur Geschichten zu erdenken, sondern sie auch zu Papier zu bringen. Also dieses Talent haben Sie offenbar in sich gehabt. Und dann ist es ja auch keine Selbstverständlichkeit, diese Bücher auch zu veröffentlichen. Genau, ja. Wie war denn das? Also Sie haben mal ein Buch verfasst und sind dann einfach mal zum Verlag und sagen, interessiert euch das? Und dann haben Sie gleich gesagt, ja, danke, dass Sie gekommen sind, wir machen das. Das ist nicht der normale Weg, oder? Nein, es war, ich habe mich zuerst einmal informiert, welche Fehler man nicht begehen darf. Es gibt ja auch die ganzen Bezahlverlage, auf die leider sehr viele reinfallen und sagen, ja, zahlen Sie uns 5.000 Euro und es wird der neue Bestseller. Also über all diese Fallen habe ich mich informiert und vor allem, wie kommt man in die großen Verlage. Und weil, wenn ich es mir dann in den Kopf gesetzt habe, dann bin ich erdegeizig und dann dachte ich mir, das wäre der perfekte Beruf, gerade wenn die Kinder dann größer, wenn die Karenz aus ist. Und in meinen vorigen Job konnte ich auch nicht zurück, weil da ist die Firma umgesiedelt. Da dachte ich mir, das wäre ja super, wenn ich davon dann weiterleben könnte. Und ich habe mich dann informiert, dass man eigentlich über Literaturagenturen nur mehr in die großen Verlage kommt. Und die vertreten den Autor und es ist eigentlich gang und gäbe, dass man das an eine Agentur schickt. Die haben dann die Vorauswahl quasi und die sind dann in enger Zusammenarbeit mit den Verlagen. Und das war bei Ihnen, Sie haben das so gemacht? Genau, ich habe mir angeschaut, meine Lieblingsautoren im deutschsprachigen Bereich, von welchen Agenturen werden die vertreten. Und da habe ich mir eine Agentur, die sehr sympathisch geklungen hat, rausgesucht, angeschrieben. Man schickt dann nur so eine Leseprobe von 20 Seiten und so ein Exposé, also eine Zusammenfassung. Und war dann auch so in verschiedenen Foren aktiv und überall kam nur, man kriegt dann nur eine Standardabsage. Das klappt nicht, weil auch die Agenturen sind natürlich sehr streng. Da wird, ja, die Chance 1 zu 100 oder so, dass man genommen wird. Weil die nehmen einen auch nur, wenn sie sicher sind, dass sie es an den Verlag bringen. Weil die Agentur, auch bei den Seriösnern, verdient natürlich nur, wenn der Autor verdient. Keine Frage, ja. Und da wird nicht vorab irgendwas. Und dann kam aber von der Agentur zurück, bitte schicken Sie uns das ganze Manuskript. Und das war schon so der Moment, was ich weiter war eigentlich als die Standardabsage, wo ich mir gedacht habe, das funktioniert ja wirklich. Super. Und dann wieder eine Woche später kam der Anruf. Ja, wir würden das gerne, ich glaube, das war August oder so im Oktober bei der Frankfurter Buchmesse den Verlagen einbieten. Also unfassbar, ne? Also dieses Tempo einer obersteirischen Autorin, die mal so probiert und schaut, wie es funktioniert. Der Goldmann Verlag, glaube ich, sind Sie zu Hause. Aktuell, genau, ja. Das ist ja sicherlich eine sehr, sehr gute Adresse. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wieso und warum, was schreibt Sabrina? Ja. Was überzeugt die Menschen? Was hat die Agentur, was hat den Verlag letztlich überzeugt? Wir haben schon ein bisschen eingeleitet, wir wollen eine Fantasy-Welt erbauen. Genau. Also Sie schreiben ja nicht nur Fantasy oder haben Fantasy-Geschichten geschrieben, sondern auch historische Romane. Aber dröseln wir mal auseinander. Ich glaube, begonnen haben Sie mit Fantasy-Geschichten. Genau. Das war so ein High-Fantasy, tausend Seiten, also so wie Herr der Ringe, nur romantischer. Und ich habe in der Schwangerschaft sehr viel Fantasy gelesen und deshalb vermutlich und parallel dazu habe ich dann noch so ein Jugend-Fantasy-Roman auch noch geschrieben. Eigentlich, weil wir alle gesagt haben, mit tausend Seiten und vielleicht noch mehrere Teile kommt man in keinen Verlag rein als Neuautor. Liest kein Mensch oder wie. Das ist das Risiko zu groß. Es ist einfach, es kostet mehr, ob man viele Zeiten oder tausend Seiten hat. Und vor allem, wenn dann mehrere Teile sind, man weiß nicht, ob sich der erste überhaupt verkauft, dann hat man aber einen Vertrag für weitere, die müssen das dann weitermachen. Also das wird nichts. Und da war zu der Zeit Twilight, diese Vampir-Geschichte, sehr beliebt. Und dann dachte ich mir, ich schreibe noch so eine 400-Seiten-Jugend-Fantasy in diesem Genre, vielleicht kriege ich damit den Fuß in die Tür. Aber es hat eigentlich schon mit dem ersten geklappt, mit dem High Fantasy, mit dem Tausendwerk und das zweite kam dann dazu. Die wurden dann beide angeboten an den Verlagen und ich hoffe, beide gleich einen Zwei-Buch-Vertrag bekommen, also auch gleich für den nächsten Teil. Ach du lieber Gott, also bei Ihnen, ich meine, überhaupt einmal tausend Seiten zu schreiben, ja, also tausend Seiten in Buchseiten, das sind dann, ich weiß nicht, 500 bis 600 die klassischen A4-Formate, so in etwa. Da muss man schon mal eine gute Geschichte haben, wo sich auch die Stränge gut ziehen und wo sich alles gut fügt. Also da, das ist nicht ohne sowas einfach, und das schreiben sie einfach so dahin. Also das finde ich schon mal super cool, um es jetzt auf Neudeutsch zu sagen. Bleiben wir bei den Fantasy-Geschichten. Also es sind auch wirklich diese Fabelwesen, die da vorkommen, die man sich selber... Und was sind das für Geschichten, die da erlebt werden oder die Sie da bauen? Abenteuer, Liebe, Tragik, alles. Also wenn Sie meine Leser fragen, das ist sehr viel Drama. Also man weint gerne mit Ihnen, man lacht. Genau, es ist lustig, es ist sehr viel Abenteuer, Schwertkämpfe, Krieg zwischen den Elfenvölkern, viel Liebe dabei, viele Gefühle nicht mehr. Tod. Tod ist dabei, nicht nur Liebe zwischen Mann und Frau, sondern auch die Freundschaften und zwischen Vater und Tochter. Und also in all meinen Büchern ist mir eigentlich das Zwischenmenschliche sehr wichtig. Also das gesamte emotionale Spektrum des Menschen abzubilden. Genau, und es ist auch lustig, weil von diesen Elfenbüchern, von meinen ersten, kriege ich heute noch so viele Nachrichten. Also die sind eigentlich im Print gar nicht mehr erhältlich, nur mehr als E-Book, da habe ich die Rechte jetzt schon zurückbekommen. Aber die werden immer noch gelesen und von denen kriege ich die meisten Nachrichten. Und sind das jetzt Geschichten also immer mit denselben Akteuren oder schreiben Sie immer neue Geschichten mit neuen Akteuren, neuen Elfen, neuen Kobolden? Also die Elfenreihe, die sind drei Teile. Und es gibt immer wieder neue, manche sterben halt auch. Na, stimmt, ja, manche müssen austauscht werden. Ja, genau, es gibt neue, manche sind alle drei Teile dabei. Also es ist unterschiedlich. Und wie gesagt, es gibt dann eine durchgehende Geschichte und um diese Geschichte herum ranken sich alle emotionalen Zustände, die man sich furchtet. Und um die Musik in dieser Elfenwelt und um die Kriege dort und einfach die, nicht jetzt Menschen auch, aber auch Elfener, die da in dieser Welt leben. Ja, in natürlich Fantasiewelten. Genau. Die sie da bauen. Herr der Ringe ist natürlich da so ein Vorbild, wo man sich dann schon was vorstellen kann. Hans ist wichtig, Happy End, aber garantiert. Nicht immer. Nicht immer. Um Gottes Willen, das auch. Zumindest nicht bei den Elfen. Alles klar. Also diese Fantasy-Geschichten, mit denen haben Sie gestartet als Autorin. Mittlerweile haben Sie sich aber mehr von den Fantasy-Welten verabschiedet und sind zu den historischen Romanen. Sie haben da Ihr neuestes Werk auch mitgebracht. Das zeigen wir auch gleich mal her. Der erste König. Wieso dann plötzlich historische Romane, liebe Frau Kunai? Es hat mich eigentlich immer sehr interessiert. Darum sind auch die Elfen in so einer Mittelalterwelt angehaucht. Aber ich habe es mir am Anfang nicht zugetraut. Ich habe auch immer gerne Historie gelesen. Aber es ist halt bei der Historie doch anders. Wenn mir in meiner Mittelalterwelt bei den Elfen irgendein Fehler passiert, dann kann ich sagen, naja, das ist meine Welt, da ist das so. So ist es, ja. Aber bei der Historie darf natürlich nichts schief laufen. Also du brauchst auch viel Recherche. Sehr viel, ja. Und auch mein Agent hat dann gesagt, ob ich nicht historische Romane schreiben möchte. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mein Thema gefunden. England hat mich sowieso immer sehr interessiert. Warum England? Stimmt, ja. England ist etwas... Ich weiß es nicht. Das war immer schon so, dass mich so die Robin Hood-Sager, Merlin, König Arthur, dass mich die Geschichten immer mehr interessiert haben. Und ja, es ist dann Wales geworden im Speziellen. Und vor allem auch, weil es da noch nicht so viel drüber gibt. Also es ist... Außer die Rosamund Pilcher-Geschichten. Die sind in Cornwall. Ach, die sind in Cornwall. Was redet ich denn? Seit der Ahnungslose redet von... Sorry, stimmt. Nein, aber... Wir gehen zurück nach Wales, ja. Richard Löwenherz oder auch Schottland mit William Wallace und all diese Themen, die Tudors, sind schon so oft in Filmen, in Serien, in Büchern durchgekaut worden. Aber die walisische Geschichte fast gar nicht. Das ist so ein bisschen das Stiefkind. Und da sind so viele interessante Menschen, weil ich schreibe in den historischen Romanen über Menschen, die wirklich gelebt haben. Wollte ich fragen. Also das sind reelle oder einmal gelebende Personen, die da Akteure sind. Es ist einfach in Romanform. Also ich schaue mehr an den Lebenslauf von diesen Menschen. Ich recherchiere alles, was es über sie gibt. Das fängt nur von den Figuren an, was ich finde, wie sie ausgesehen haben, wie sie beschrieben werden vom Charakter. Alles authentisch. Natürlich die ganzen Eckdaten. Ich schaue mir sogar das Wetter an, was an dem Tag ist. Das kann man nämlich noch nachvollziehen. Oder in den Chroniken, die die Mönche damals geschrieben haben. Auch irgendwelche Naturereignisse. Es wurde ja alles dokumentiert. Und das lasse ich alles reinfließen. Die Kirchengeschichte, die politische Geschichte, die persönliche. Und ja, das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe meinen ersten Roman geschrieben bei der Historie. Und der wurde dann wieder angeboten. Und es waren dann, glaube ich, vier oder fünf Verlage, die den haben wollten. Unglaublich. Und das ist natürlich das Beste, was einem Autor passieren kann, wenn man nicht nur einen angebaut hat, weil dann wird es quasi versteigert. Der Höchstbietende bekommt es. Und das war dann in dem Fall Goldmann. Das ist eine renommierte Adresse, wie gesagt. Die Geschichten, also die Akteure sind authentisch. Die Geschichten sind Fantasie, die Sie da bauen. Nein, ich halte mich ganz genau an das, wie das passiert ist. Es ist natürlich die Gefühle, ob der jetzt so empfunden hat, dann meine eigene Interpretation. Ich schaue mir so viel an wie möglich und schaue mir einfach, welches Bild ergibt sich für mich und wie ist das logische Bild für mich. Es ist ja auch zum Beispiel in den Kriegen, zum Beispiel zwischen Wales und England, die englische Seite hat das so dokumentiert und die walisische Seite hat das so dokumentiert. Das stimmt ja nicht immer über ein, was da einer über den anderen sagt. Und man schaut dann auch, ob andere Länder darüber geschrieben haben und ob man so ein authentisches Bild findet. Aber natürlich muss ein bisschen die Duftnote, sage ich einmal, der Sabrina Kunai natürlich drinnen sein. Das erwarten ja auch ihre Leserinnen und Leser. Und es muss natürlich der Platz sein für den Leser, der seine Geschichte um diese Geschichte baut und seine Bilder. Es soll ein Roman sein und kein Sachbuch. Und es ist auch sehr schwer, weil man soll ein Prozent von der Recherche dann ins Buch fließen lassen. Und es gibt so viele interessante Dinge, die man gerne dann reinschreibt, aber dann spätestens im Lektorat fliegt das dann alles raus, weil es muss natürlich zügig vorangehen. Die Geschichte muss spannend bleiben. Ist klar. Und so viele Details drumherum. Und da passieren dann schon auch schmerzhafte Zäsuren, wenn der Verlag sagt, also das lassen wir mal weg. Das muss man halt als Autor. Genau, also da vertraue ich ganz. Ich habe eine ganz tolle Lektorin bei Goldmann, die ist vom ersten Buch mit dabei gewesen. Und da vertraue ich dann. Ist auch wichtig, die dann auch wirklich das mitspürt und so liest, wie sie es gemeint hat. Und das ist auch, wenn ich nicht einverstanden bin, dann sprechen wir darüber, warum sie findet, dass das rausgehört zum Beispiel und ich, dass das reingehört. Und oft finden wir einen Kompromiss oder einer überzeugt den anderen. Und es ist sehr lustig und macht Spaß, dann richtig die Geschichte auseinanderzunehmen. Und dann das Beste noch rauszuholen. Also Hochachtung, liebe Frau Kuhner, denn Sie machen das nicht nur zum Hobby, Sie haben einen renommierten Verlag. Das heißt auch, Sie verkaufen Ihre Bücher. Ich glaube, Sie haben wirklich schon Hunderttausende verkauft. Das kann man schon mit Fug und Recht sagen. Also auf Harry Potters Spuren möchte ich versagen, ja, nein, 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 da wollen wir es nicht kleinreden, aber aus der Steiermark, eine Autorin. Natürlich, mit jedem Erfolg steigt auch der Druck. Das stimmt. Der Verlag will von Ihnen zumindest einmal im Jahr was geliefert bekommen. Kann man sich das so vorstellen? Ja, es ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein neueres Verlag. Ich sage gerne nochmal her, das ist wie gesagt das Neueste. Der erste König. Wer ist der erste König? Darf man das verraten? Ja, das ist Offa von Mercia. Das ist zu der Zeit, wo das Buch spielt, war England noch nicht existent. Das war noch zerstückelt in verschiedene Königreiche. Und Offa war dann der erste König, der England vereinte. Ah, sehr spannend. Also der erste in den Chroniken, der sich so nannte. Ein Leben für Herz und Krone und für die Zukunft Britanniens. Genau, ja. Ach, doch, das macht Lust. Der hat auch einen Wall errichtet zwischen Wales und England und das steht heute noch. Also in Erdwall, wenn man sich denkt, das ist über tausend Jahre her. Unglaublich, ja. Und das ist heute noch da. Aber wie gesagt, Sie müssen weiter liefern. Sie haben auch genug Inspiration noch, nehme ich an. Ja, also es ist auch zum Beispiel, ich fange jetzt ein neues Genre an für junge Erwachsene. Für mich zum Beispiel. Genau. Ja. Und das ist jetzt gerade sehr im Kommen, dieses Genre. Und da hat der Verlag gefragt, ob ich das nicht schreiben möchte. Also wenn es immer was Neues gibt, dann sagen die auch, ob ich das schreiben möchte. Und das mache ich natürlich. Und da habe ich jetzt einen Drei-Buch-Vertrag bekommen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel für die drei Teile ein Jahr Zeit. Okay. Also da muss ich jetzt schauen, dass alle drei bis Dezember fertig sind. So war auch ein ambitioniertes Ziel. Das heißt, Sie leben von Ihren Werken mittlerweile. Sie haben das geschafft. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, von seinen Büchern zu leben. Sie wechseln die Genres, haben Sie gesagt. Gibt es dann auch noch, inwieweit haben Sie noch Kontakt zu Ihren Leserinnen und Lesern, also die wirklich auf Frau Kunai zugehen oder Ihnen schreiben? Sehr oft. Sehr viele, ja. Ich kriege es sowieso in den sozialen Medien, auf Facebook, Instagram. Ich bekomme auch über die Homepage sehr viele Nachrichten. Wie gesagt, noch von den Elfen, die gar nicht über das Print erhältlich sind. Das sind sowieso die Hardcore-Fans, würde ich jetzt mal sagen, die von den Elfen. Also die, die sich am meisten, würde ich sagen reinsteigern, aber die, was am meisten fühlen und die mir dann schreiben darüber. Und ja, vielleicht, weil es die intensivste Geschichte ist, emotional. Und ich habe schon so viele Menschen auf den Buchmessen getroffen. Einen jungen 18-Jährigen, der auf der Buchmesse vor mir stand mit einem Packen Gedichte, die er über die Charaktere von meinen Büchern geschrieben hat. Ach, ist das schön, oder? Das ist doch schön. Oder Zeichnungen über die Charaktere, Fan-Fictions und so. Das heißt, der nächste Schritt ist, zumindest einmal Hörbücher draus zu machen. Hat es sich das schon einmal gegeben? Die Elfen gibt es alle als Hörbücher. Ah, schon. Und auch bei den Historischen gibt es auch welche als Hörbücher. Dann wird der nächste Schritt ein Hollywood-Film sein. Ja, schön, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal bei Ihnen heute nichts für unmöglich, wenn man sich das so anhört, wie Sie das schnurstracks die richtige Linie gefunden haben. Hat unglaublich Spaß gemacht, ein bisschen mit Ihnen zu ratschen und ein bisschen so hineinzuspüren in die Welt einer Autorin für historische Romane und Fantasy-Geschichten. Ich wünsche Ihnen toi, toi, toi. Danke schön. Und noch viel Inspiration wünsche ich Ihnen auch für uns alle, für die Leserinnen und Leser. Super, danke. Ihnen, meine Damen und Herren, sage ich auch ein Dankeschön fürs Zuschauen. Tauchen Sie ein in die Welten der Sabrina Kunai. Das zahlt sich aus, das macht Spaß und wird Sie am Herz berühren. Alles Gute, wir sehen uns. Wir kommen jetzt zu unseren Kurznews aus der Steiermark. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Svidelski, Bauleitung Murtal. Alles außergewöhnlich. Das ist das Image der Montan-Universität Leoben mit ihrer neuen Informationskampagne Zukunft im Blick, Job in der Hand. Unter dem Hashtag Gute Aussichten geht die Uni in die Offensive. Nachhaltigkeit, Umweltschutz und hohe Jobsicherheit sind für junge Menschen die besten Argumente für ein Studium in Leoben. Das Next Liberty Jugendtheater bietet Stück Streamings mit einem digitalen theaterpädagogischen Workshop für Schulen an. Wir sind am Ende unseres Steiermark Magazins angelangt. Alle Sendungen und alle Berichte zum Nachansehen gibt es auf unserer Homepage Kanal 3.TV und wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns folgen auf YouTube, Facebook und Instagram. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne und vor allem sichere Woche. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.